bei einer kleineren Runde PvP ja und bei mir jetzt auch hallo und herzlich willkommen bei einer kleineren Runde PvP gegen den Mirodorn ok es geht noch nicht los ich will hier nur mal spielerisch angreifen andeuten oh nein meine Sprungkraft nein ich hab keine Sprungkraft mehr ok egal geh doch runter joi du Herr Lünke joi du Herr Lünke joi du Herr Lünke uuuu Lockback ok ich geh auf die andere Seite wieviel zieht eigentlich der Bogen ein Herz ok ich würde sagen 3 2 1 go du wirst immer auf Nahkampf gehen obwohl du auf mich eigentlich auch glaub ich ein bisschen besser im Nahkampf wirst oder? Schneeballschlacht ich weiß auch du Schneeballer ja Schneeballschlacht ich war hinten noch in der Ecke Schneeballschlacht ok das bringt jetzt auch viel k k k h k k k k k wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Oh nein, oh fuck, das war knapp. Oh nein, oh der sieht ganz schön, der Bogen. Oh fuck, hallo? Hast du mal wohl auch zu Boss Ben? Junge, muss ich mal Apfel essen? Ja, ja, ich hab verstanden, ich komme ja schon runter. Wie soll das durchgehen mit deinen Pfeilen? Au! In der Lange? Scheiße, ja. Ja, ja, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich glaub du, ich glaub du sich ja noch versuchst zu retten. Ich helf mal. Als ob du jetzt außerhalb der Arena bist. So war ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Komm da, komm wieder rein, du Hallonkel. Ja, wie denn? Töte den Monster. Ach du Scheiße, jetzt töten die Menschen. Okay, ich versuch mal um, was du dich... Okay, nee, ich spring jetzt hier nicht ins Dara-Becken. Hm, interessant jetzt, der Fight. Komm schon! Komm schon! Uuuuh! Uuuuh! Zwei Spiels sind neinander getroffen. Habt ihr dich gerade getroffen? Ich hab auch Ton an. Würdest du auch hören. Oder? Hab ich Ton an? Jetzt hab ich Ton an. Oh man, war war fucking Zombie. Okay, ich wage es jetzt glaub ich auch mal. Ne? Ich nehm mir davon mal Speed. Puh. Drei. Okay, ich nehm noch einen Apfel für die Regeneration. Halleluja! Hallo, das ist jetzt unfair. Das ist jetzt unfair, wenn du das jetzt machst, das richtig assi. Hallo, ich geh hier rein? Ja, ja, ja. Das macht man nicht. Das ist so richtig... Das ist unsportlich. Oh, Alter, wie man sich hier durchfräst. Ich esse hier durchgehend goldenen Äpfel. Ich hab ja direkt Teilung genommen. Oh fuck, Alter. Wie man hier wirklich durch die... Ciao, Kau. Wie man hier wirklich durch die Lava schritten muss. Ciao, Kau. Oh, Alter. Ist das Actionreich. Lass mich aber hier bitte... Oh nein, mein Rüstung ist kaputt. Ja? Nein, 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 nicht der, nicht der, nicht der. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Warte, ich rette dich noch. Ist kaputt gegangen? Oh, mein Rüstung ist komplett kaputt. Ja. Ne, meine Rüstung noch. Siehst du das jetzt? Äh, ich würd sagen, was jetzt... Die Runde wüsste vermutlich gewinnen. Ach, wir nehmen ja auf, stimmt. Warte mal. Aber, ich will jetzt nicht so sein und sagen, oh, ist ja total unfair. Deswegen schlag ich vor... Wurstung geht noch. Kleiner Fall, trotzdem noch. Warte mal, willst du einen Helm haben? Ja, Helm hast du? Hast du einen Helm? Ja. Und Schuhe? Ne. Du hast deine Schuhe an. Ja, aber die sind beim nächsten, die sind leicht kaputt. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Scheiß Endermen. Scheiß Endermen. Scheiß Endermen. Komm, ey... Wie hat der Kübel dich nicht umgebracht? Scheiß Endermen. 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 Oh, jetzt meine Schuhe kaputt. Hab ich gehört. Oh, fuck, nein! Jetzt ist er aufnackern. Muss ich hierhin strategisch klug spielen? Oh, Mann! Ne! Fuck, nein, das ist der Herz-Spinn-Schutz. Ich hab' dir die ganze Zeit... Ich hab' dir die ganze Zeit dir eine heilen Trainingsspunkten, wo ich denn zum nächsten du nimmst. Bung, ey! Ich kann nicht alles printeln. Ja, warte mal, ich geh mal kurz weg. Du backst auch irgendwie, extrem. Ich hab' dir nur nichts mehr gesehen. Oh, mein Tee-Boost. ok, kippo äh, bist du überhaupt ready? ja, kannst ja eh und endlich wiedergoldnappen oh fuck, aber meine Rüstung ist fast down, ja ohne Rüstung wäre ich könntest du nicht gut? ne, ich bin bis die ganze Zeit ein Skelett du rüsst mich gar nicht du würdest mich schaden ja, ich kann nicht das Skelett der Täter habe ich dich getroffen hast du? bist du? da bist du, da bist du du hast ganz schön speed drin, jünglicher ey, ich habe ja auch Spieltank. Achso, und wenn die Aufnahme nicht schlecht ist, dann kannst du... Total unfair gewesen. Dass ich vielleicht hier... Warte mal, aber du musst jetzt auch sterben, sonst kommst du hier nicht wieder rein. Ja. Gehst du in der Leerwart? Also, dass ich vielleicht meine Hand immer übers Mikrofon hab, also... Vielleicht lässt mich gar... Lass mich gerade. Ach, ist das ein dober Anblick. 1-1 steht's jetzt. Ja. Achso, haben wir das auch genommen, als ich gestorben bin? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, also wenn ihr das nicht gesehen habt. Ihr müsst jetzt nicht denken, ich bin skilllos. Wieso hab ich... Och nee. Hast du taken an Inventory? Ja. Ist doch egal. Ich werf mal alles schnell. Ist doch egal, du kannst, muss ich eh neue Krippen. Ja, mach ich auch. Los, ich, weil ich... Ich kann manchmal schon alles über... Wie, noch vier davon und zwei davon. Ach nee. Drei davon. Zwei davon. Natürlich ein Bohm. Und natürlich Pfeiler. So. Ich werf mal schnell alles runter. Ich wär fertig für den. Kommst du auch schon? Gehst du auch schon runter? Gott. Okay. Das war jetzt gerade lustig. Ja, fand ich ja. Was? Meine Rüstung ist wieder voll. Also da muss ich mich eigentlich... Mann, geh runter. Ui. Das ist immer so lustig. Jetzt bull dich ich hier gleich runter. Das stirbt ja gar nicht. Muss ich nachhelfen? Nee, nee. Flieg. Das ist irgendwie lustig. Ja, find ich auch. Warte mal, davor kann ich bitte erst mal meine Rüstung aussehen? Nein. Vielleicht. Okay, ähm. Ich spür mich noch mal kurz neu. Ich auch. Ich brauch... Viel davon. Zwei davon. Ein davon. Meine Rüstung ist Pepshead. Jetzt brauch ich noch... Dö-dö-dö. Dö-dö-dö. War viel auch hier. Rüstung ist richtig viel Schrei tränken. Ich geh schon mal runter in die Arena. Ich find, du hast eine Dover Arena ausgesucht. War das meinst du? Ja, die hast du ausgesucht. Ich wollte Bad Wars spielen. Ja, oh. Bad Wars ist gut. Können wir da machen. Aber jetzt erst mal hier. Warte mal, ich muss mich erst mal hier... ...equipfen. Oh, jetzt kann ich das nicht hin. Scheiße. Geh, ich komm. Ähm. Oh, unter der... Bad Wars Arena ist ja auch Lava. Ich mein, unter der Arena. Hab ich gerade rausgefunden durch den Creeper. Kommst du runter? Okay, warte mal. Ja. Kannst du mal bitte hier die Mops wegmachen? Mach die... Kannst du bitte die Mops wegmachen? Die Nerven so sehr. Ich kann die nicht wegmachen. Doch, kannst du. Deine Map. Ja. Wie richtig kann es sein? Der war Opaat übrigens. Ja, genau. Ich würde sagen... Warte mal, ich muss hier erst mal hochspielen. Ich schwirr mit der Lava da unten. Wird's heute noch? Hä, warte mal, ich fress den hier schon. Aber guck mal. Ich werd immer wieder... Nein, ich bin nicht auch unten. Warte mal, Philipp. Nee, oder... Ich komm, ich komm hier locker easy hoch. Wie nimmst du da immer so viele Healingsdränke? Oh, da wollte ich den gar nicht sitzen. Wie viele Healingsdränke nimmst du immer? Viele. Okay, ich hab meine Hand übrigens gar nicht. Kann, bitte. Ja, äh... Ich bin mal ganz kurz.